Das ist gesund, hat meine Oma gesagt. Pizza ist gesund, weil es Käse. Käse ist Milch, Milch ist Calcium und Eiweiß. So. Gehen wir dann raus aus der Lobby? Oder ist das die letzte Map? Ne, zwei noch. Das wäre voll blöd. Der ist immer noch voll. Seht ihr, wer drin ist, statt mir? Ne, oder? Ja, Silk heißt er. Meine Lieblingsfarbe. Jetzt machen wir die Runde halt und dann kann Capuzzo seine Pizza in der Zeit schnell essen. Ja. Kommentiert auch. Kann ich euch zuschauen? Irgendwie? Ja, ich streame gerade. Danke. Aber es gibt ja in Streamen gibt es ja auch so einen. Ich weiß nicht genau, ob das geht. Oh ja. Zuschauen. Ich schaue den Dalu einfach zu und kommentiere das. So Leute, kriegen wir noch 25 Anmeldungen zusammen. Das wäre wirklich der Oberhammer. Wir haben auch noch, wie gesagt, die Wolf-Berlion zu verlosen. Jetzt hat der Vollidiot auch noch meinen Char geklaut. Diese Silk. Ja. Jetzt bin ich Medic. Du bist ein Störnfried. Wegen dir kann ich nicht spielen und Grand Street zählen. Wegen dir verloren, Joe. Ja, mein Internet ist abgestürzt. Mein Internet ist abgestürzt. Ich habe einfach alle vier gedrückt, als ich down war, um zu Rage quitten. Und Pythotour essen wir eher, aber habe ich auch nicht. So, jetzt konzentriere ich mich eine Runde mal nur aufs Spiel. Das ist easy win. Naja, ich bin aber auch kein guter Medic. Zalu, ich mag diese Möglichkeiten, dich gratis zu unterstützen. Spartan, vielen Dank. Und ich bin dir auch unglaublich dankbar. Oder allen, die das machen, unglaublich dankbar. Wie gesagt, euch kostet das nichts. Ein paar Sekunden Zeit. Wir hauen dafür ein paar Keys für euch raus, Spiele oder sonstiges. Und ihr unterstützt uns und zahlt dafür rein gar nichts. Das ist wirklich cool, dass wir das so machen können. Mir geht gerade Kapuze, der ist unfähig durch den Stream. Riesen, Riesen-Hashtag bei mir. Über 5000 Leute, die sind extra hergeschrieben, das zu schreiben. Und jetzt passiert es wirklich, du. Alle kommen kurz ins Rüber von Gronkh. Kapuze unten gehen dann wieder. So fühlst du aus. Ich bin gespannt auf Lazarus mit dem Wiederbeleben und alles. Habe ich noch nicht ganz so raus. Hier habe ich jetzt 7-Up. 7-Up ist auch gesund. 7-Up habe ich damals sehr viel getrunken. Ist gesund, weil da ist Zitrone drin. Und Zitrone, wie du wissen, ist nicht gesund. Ist Vitamin, Zitrone ist geist gesund. Also mein Antrieb ist Zucker. Oh, Zucker, dafür möchte ich nichts hören. Ich bin lieber beim 7-Up. Also, nee, man kann ruhig Cola mit Energy mischen. Das Thema hatten wir übrigens heute. Also, Cola und Energy ist so eine richtige Dröhnung, weißt du? Ja, bist du fit? Das ist aber alles, was du brauchst. Ja, bist du fit. Oh, wir müssen die Überlebenden wieder retten. Wo sind die Nächsten hier hinter uns? Der nötige Vitamin-Bereich wird einfach mit Zucker-Power übertönt. Es gibt auch immer andere Möglichkeiten. Also am Ende ist es nur wichtig, dass du Ausdauer hast. Ist hier nur ein Überlebender? Nee, da rechts ist einer. Ich gehe da rechts hin. Ich kann mich ja notfalls unsichtbar machen. Ja, schieß ruhig eine Leuchttrakete in die Luft, wenn du in der Höhle liegst. Das ergibt bestimmt Sinn. Wo ist die Landezone? Da hinten. Habt ihr den anderen? Ja, ne? Wir haben einen, ja. Ich höre, glaube ich, Goliath. Wir haben schon eine Runde verloren, aber noch kein Match. Vorsicht, hier sind... Ja, die fleischfressenden Faggettis. Oh mein Gott, ich habe einen Affen getötet. Ich belebe ihn wieder. Oh mein Gott, er greift mich an, der Asi. Ihr habt ihn getötet. Ich belebe ihn wieder. Ähm, ja, sag dann halt, wenn ich nachkollegen kann. Geht nicht. Oh ey, die Wolf. Wir machen eben die beiden Runden eben zu Ende. Die eine geht sehr schnell, dann ist das Final. Das dauert ja auch nicht lange. Das war es, wo wir einfach kämpfen, dann machen wir eine neue Lobby. Okay. Geht da rein, Jungs. Einer. Sehr gut. Wo ist der nächste Point? Eigentlich müssen wir eh gegen den Boy kämpfen. Wir brauchen ja nur fünf Leute. Guck mal, die sind wieder da vorne. Hä, irgendwas hat den Sensor gecrushed und eigentlich war da nichts, wo ich den gesetzt habe. Oh, ein Albino. Ah, sauber, da drangen sie wieder zu hoch zum Hochfliegen. Hilfe, ich lebe noch. Hilfe, oh Hilfe. Hier, der Goliath. Nee, Goliath ist auf jeden Fall nicht markiert. Und wieder zurück zum Schiff. Ja, 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 wir können auch, der kommt. Beide euch, bringt die Boys weg. Hau ihn an die Angel. Der wird gleich durch meine Dinge ins Laufen. Durch den Sensor. Im Herzen bist du bei uns. Im Herzen bin ich bei uns. Was ist das da oben für ein Timer? Achso, wann das Schiff kommt, okay. Was war das für ein Buff eigentlich da hinten? Äh, scheiße, ich kenne ihn vom Bild her, kenne ich ihn gerade nicht. Ach, Animal Sense. Äh, ich sehe alle Monster durchgewandt. Ach, dass man alle, okay, kommt. Boah, die Überlebenden sind ja mega lahm. Ich belebe jetzt einfach hier wieder den Affen, wie der auch mystisch tut. Okay, den Affen. Ich glaube, Goliath hat hier schon geschnabuliert, oder? Die liegen einfach nur noch zu lange schon. Nee, nee, er ist ja 180 Meter grad weg. Ey, wir müssen nur noch einen Überlebenden jetzt finden. Wo sind die? Da hinten ist Goliath. Er kommt jetzt. Ich kümmere mich um ihn mit der Appune. Hol den Überlebenden, Boys. Ich hab ihn schon mal nach Angeln, Leute. Ja, nee. Das war aber kein guter Sprung, Goliath. Oh, oh, oh. Guck dir mal die ganzen Points an, die ich schon markiert habe. Der zappelt, oh, was hat er ausgeladen? Der will zu mir, weil ich Lazarus bin, ey. Goliath, ey, ey, sei viel kleiner. Ey, ey, komm ran, komm ran, Goliath. Nee, nee, das wird's doch nix, Goliath. Boah, guck dir das an, Leute, wie er markiert, wie er von mir double damage. Wie er da hängt, wie er da hängt, ey. Oh, jetzt haben wir's gemerkt, ey. Los, halt, mach ihn fertig. Jetzt ziehen wir andere Seiten auf. Er ist aber nur Stücke 2, oder? Ey, ey, nicht so wütend. Nicht so wütend. Ja, ja. Ey, Goliath, ey, 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 ich hab dich, mein Freund. Keiner unterwegs, um irgendwas zu holen, ne? Mal gucken, ob er hinten ein. Oh, weg hier. Weg hier. Okay, ich hab Blackhawk nochmal wiederbelebt. Ich hab mich eben schon unsichtbar gemacht, weil es war mir zu heiß. Ey, Goliath. Nicht springen, das kannst du nicht mehr. Du musst erst kampen. Oh, ein guter Sprung, Goliath. Okay, ich hab dann nicht. Wär halt geil, wenn irgendjemand einfach in der Zeit, wenn der Supporter in der Zeit einfach losgegangen wäre, um die Leute zu retten. So, ich probier's einfach mal, okay? Ja, ich hab den eben ein bisschen an der Angel. Bist du raus aus der Kuppel-Range? Ja, ich bin weg. Okay, dann werden wir dann mal die Kuppel. Da vorne überlebende 300 Meter noch. Ich spiel noch ein bisschen mit meinem Goliath hier. Nimmt aber sogar noch gut Schaden, der Bengel. Mal schauen, ob ich's schaffe, ey. Jetzt nicht in so eine Falle wieder rennen, ey. Das wär richtig schlecht. Ja, das wär richtig bei uns. Das passiert mir aber leider auch immer wieder, in diese blöden Pflanzen reinzurennen. Boah, wie heute ich geflogen bin. Boah, 200 noch, ey. Das ist echt noch ein weiter Weg. Sind alle tot? 500 Viewer, Leute, ihr seid verrückt. Das ist so krass. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute bei mir dort sind. Nicht alle Party macht normalerweise. Alle Party-People. Granz, du bist der Letzte, glaube ich. Echt? Oh, shit. Granz, verhaust nicht. Ich muss ja theoretisch nur einen retten. Deswegen, ich heb jetzt einfach nur einen auf. Oh, ey, Wolf, Leute! Wenn wir in der Abgabe-Zone auf dich warten. Wo ist die? Ja, da, wo wir gekämpft haben, aber nicht? Aber das Schöne ist, ihr lebt noch alle. Also, für mich zumindest. Ich könnte euch noch wiederbeleben. Siehst du unsere Leichen? Ja, die werden mir bis hierhin angezeigt. Das ist krass. Also, da muss ich ja eh wieder hin zurück. Und bis dahin seid ihr eh wieder da. Aber gleich sind die Leichen weg. Oh, das wird spannend. Ah, 120 Leute schauen hier zu. Sauber. Hilf mir! Überlebender! Hilf mir! Der steht genau daneben. Schieß doch, Junge! Alles muss ich selber machen. So. Nein, noch einer. Sag, wenn ich fertig stand. Ich möchte wieder mein Team supporten. Seitdem du weg... Nein. Wie immer. Ihr liegt an der Burg, wenn ich das Wäsche läuft. Das weiß ich. Ja, ja, klar, Jones, klar. Töte das Monster im Alleingang. Mit meiner Sniper. Kein Problem. Ja, Leute, unterstützen könnt ihr uns, indem ihr euch bei Odyssea ein Account macht. Das dauert keine drei Sekunden. Ihr müsst nicht mal eure E-Mail-Adresse bestätigen. Und ihr könnt uns damit supporten. Wenn euch das Spiel gefällt, supportet ihr natürlich auch den Entwickler damit. Wenn ihr mal reinschaut, ist natürlich klar. Wenn nicht, dann habt ihr es wenigstens versucht. Wie gesagt, würde mich wirklich sehr freuen. Wenn ihr euch einfach mal ein Account macht, euch vielleicht mal das Spiel anguckt. Wenn es euch nicht gefällt, dann ist nicht schlimm. Aber ihr habt uns damit sehr geholfen und das Ganze kostenlos. Wir kommen jetzt auch wieder. Geh ich gerade richtig da, Lu? Nur mal kurz. Ey, Leute. Ich hab das nicht mehr gesehen, weil ich bin gerade wieder da. Wir sind ja gerade jetzt noch in-game. Hier unten muss ich rein, Leute. Das ist die vorletzte Runde. Landungsschiff ist schon ein Anflug. Und das letzte ist nur ein Kampf. Also das letzte geht schnell. Halt, warum bleibt der Überlebende in der Netz dahinten stehen? Ist er blöd? Sind wir näher ihm dran? Jetzt kommt er. Ja, ist egal, wer näher dran ist, der soll zu mir kommen. Ne, das Dropship aber auch nicht, ne, wo man hin muss. Aber ich gehe jetzt einfach da, wo wir eben gewartet haben, jetzt zur Zeit. Man müsste sich einfach weg sein. Er frisst auf jeden Fall die anderen gerade. Ja, damit ich die nicht wiederbeleben kann. Ne, die anderen Überlebenden einfach. Ja, ja, genau. Das heißt aber, wenn er den Überlebenden töntet, der will. Das wäre schlecht, dann hat er gewonnen. Vielleicht kommt das Schiff aber erst... Der andere liegt wieder! Der andere liegt neben euch! Wenn der stirbt, dann ist es zu Ende. Der ist fast tot, der hat ein HP. Was ist denn da passiert? Wo geht denn der lang? Was macht denn der? Hä? Was ist... Sorry, aber wie blöd ist der Bot? Er kommt, ich kümmere mich um den. Leute, geht ihr weiter! Ja, aber der Bot! Ihr müsst, Leute! Electric, vielen Dank für deine Donation! Schaltet auf die Leiste oben ab, wir würden die Leifer vom Monster sehen. Ja, das ist an sich gar nicht so wichtig, Leute. Wenn er tut, dieser Toe, wenn er lebt, dann lebt er. Aber Electric, vielen Dank, trotzdem für deine 3 Euro Donation, ist leider nicht so einfach und wie gesagt, das war eher spontan. Komm mal her, du Überlebender! Ich muss den heilen! Okay, er will mich down haben. Kann ich den Überlebenden mitnehmen irgendwie? Kann man denen Befehle geben? Ich liege. Ist das auch sein, dass der Goliath das Dropship einfach kaputt gemacht hat? Nee, eigentlich nicht. Du siehst es doch nicht auf der Karte. Oder siehst du's? Wir haben doch gar keinen Dropship zum Abgeben. Ich komm da nicht hoch, das gibt's doch nicht. Neuer Subscriber! Und zwar Toe wieder! Da steht Heid wieder. Da müsste gleich im Chat kommen, dann sag ich auch den Namen nochmal richtig. Vielen, vielen Dank und begrüßt euch. HALT DICH FESTIT! Und er hängt am Haken! Er will ins Survivor! Er hat ihn! Survivor liegt! Er frisst ihn! Ah, das kann doch aber nicht sein, warum, weißt du, wenn der Survivor einfach hinterher gekommen wäre? Ich wette, wir haben keinen Dropship, deswegen. Dann hätten wir jetzt ja eh schon verloren. Ne, wir können uns ja noch besiegen. Ah, okay, ja gut, stimmt. Kannst du den einen da aufheben, wenn der tot ist? Ja, aber ich heb grad den anderen auf, den, der hier hinten noch liegt. Hört mich jemand! Hallo? Hilfe! Hilfe! Wie hört's los, wie hört's los, wie hört's los los? Das Landungsschiff kommt! Das Landungsschiff kommt! Er bitte Abkollung! Ich bin down! Oh Gott! Oh, was, der Überlebende folgt mir einfach nicht. Hier ist doch das Landungsschiff. Komm doch hierher, du Vollidiot! Der geht zu Goliath! Jetzt verlieren wir. Ja, deswegen spielt man doch eigentlich nur Hand, weil alles andere Kaffee ist. Passt du Objectives bei ihm wollen? Ja, weil die Bots dumm sind, wenn man mal ehrlich sagt. Ja, natürlich sind die Bots dumm. Ja, hat ihn getötet. Das Landungsschiff war unten, der hätte nur hinterherkommen müssen. Wieso folgen die denn nicht demjenigen, der sie gefangen hat? Aber der Typ hat den Elite Goliath-Skin übrigens, ne? Also ich mag mal Goliath. Ne, ich glaub, der war weiß. Oh, Reichweite des Geruchs sind erhöht, hab ich grad freigeschaltet. Oh, Mann, dann gönn dir ne Nase. Oh, cool, vielleicht hab ich aber Goliath jetzt gelabelt. Äh, Lazarus. Wie lange bist du heute da gegangenst, circa? Äh, weiß ich nicht. Zwölf oder so? Können wir uns hier einfach ein bisschen mehr spielen, ey. Hast du doch keinen Bock auf... Doch, ich hab Bock, aber ich will heute Elite Skin. Ja, Elite Skin hab ich auch Bock auf. Bug geteilt, aber jemand klaut ja in dauernd meine Klasse. Going for gold, ey. Der Bot hat ein Jetpack, oder nicht? Doch, ich mein, ich hab den vorhin gesehen. Wie schaut's aus bei euch? Jetzt ist die letzte Mission. Ah, okay. Support Medic, ja, passt. Er ist natürlich heftig, jetzt hat er ein Schild am Anfang wieder. Und, wie geht's das jetzt, ich bin jetzt gerade dein Liefer. der Minister Iohe, Ich bin jetzt sprayed dir these Bi distress.